Oh mein Gott. Hallo. Guten Tag, hallo. Ja. Ja, guten Tag, mein Name ist Marco Novak. Ich melde mich von der Spanischmonitur. Äh, richtig? Äh, ja, wer ist da? Marco Novak bin ich. Ja? Schön zuerst, dass sie sehr reiche. Ja, schön zuerst, dass sie sehr reiche. Und meine Zahnrufe sind da bei Ihnen. In Ihrem Postleitzahlgebiet in Rusum ist wegen Ihren Stromanbieter da zu Hause. Falls Sie sich erinnern können, ungefähr vor zwei Jahren haben Sie mit unserer Firma einen Wechsel über. Wer ist bei mir zu Hause? Hallo? Bei Ihnen zu Hause. Woher weiß ich, wer bei Ihnen zu Hause ist? Sie haben doch... ...Strom, ja. Ja, Strom bei Ihnen zu Hause, ja? Ja, was ist damit? Ja, Strom bei Ihnen zu Hause. Es geht um Folgendes. Sie haben vor ungefähr zwei Jahren einen Wechsel gemacht mit unserer Firma wegen Strom, wo Sie natürlicherweise eine Preiskartie gesichert haben. Und was ich Ihnen anbieten wollte, ist nur eine Preiskartie für die nächsten zwei Jahre. Das bedeutet, wo Sie weiterhin auch Stabilität hätten, guten Service, einen Ansprechpartner und weiterhin auch zufrieden sind. So, wenn ich mal kurz frage darf. Bei welchen Anbietern sind Sie momentan, bitte? Ja, du sagst doch, ich habe bei dir gewechselt. Dann musst du das doch wissen. Also, was bedeutet das? Du? Das ist eine Anrede von Mensch zu Mensch. Also, das bedeutet man Sie. Nee, willst du mir... Weil wir sind auch nicht seit zehn Jahren Freunde. Ja, doch, wir haben doch mal... Wir sind doch mal zusammen ausgegangen. Hallo? Also, Stadtwerke Husum, richtig? Stadtwerke Husum, ja. Ja, sehen Sie. Also, wie viel bezahlen Sie da monatlichen Abstand, bitte? Äh, kannst du dir bitte anständige Arbeit suchen? Ich habe nie bei euch gewechselt. Kannst du bitte aufhören, Leute am Telefon zu betrücken? Hallo? Bitte? Ja? Ja, ich bin noch da. Ja? Aber ich habe mich so gewundert wegen Ihrer Frage, dass ich also... ... ein Argument gefunden habe. Soll ich mir Notarzt anrufen? Soll ich mir Doktor rufen? Also, wo... Musst du Doktor haben? Ich weiß gar nicht, wo... Ich weiß gar nicht, wo... Wollen Sie, dass ich Ihnen also einen Kurs registriere, dass Sie auf einmal Deutsch lernen zuerst, weil Sie leben seit viele Jahren hier? Hast du... Hast du... Hast du Probleme mit Ausländern? Deutsch? Richtig. Hast du... Warte mal. Natürlich. Ich bin selber auf Ausländer. Nein, ich bin selber Ausländer. Michala, hey, wie redest du... Ey, Suka, wie redest du mit meinem Kumpel? Bist du Nazi oder was ist dein Problem? Wie redest du mit meinem Kumpel, Hitler? Was ist dein Problem? Hast du was gegen Indermann? Was Indermann? Was ist das als Indermann? Was hast du für Probleme? Ich bin nicht von Deutschland. Ja, geh mal zur Schule und lern ordentliche Arbeit, Suka. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja, ja, wegen diesem Wort, das du gesagt hast, also dieses Gespräch wird auch registriert. Ja, weißt du auch... Für einen Anwalt suchen Sie bitte seinen Anwalt. Ja, ist gut. Lese deinen Text weiter vor. Es wird langweilig. Nein, 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 nein. Ich will das auch persönlich nicht vorbeikommen. Ist auch kein Problem. Also suchen Sie bitte seinen Anwalt. Willst du vorbeikommen? Willst du Dimitri drohen? Nicht? Ich habe Kalaschenkauf. Kannst du kommen? Ist kein Problem. Was ist Kalaschenkauf? Also für diesen Kalaschenkauf gehen Sie bei Syrien oder sonst irgendwo, wo Sie hergekommen sind? Ja, hast du schon mal gehört, dass Russen aus Syrien kommen, bläht? Was? Also gehen Sie hier, lernen Sie mal ein bisschen Deutsch, weil Sie verstehen auch gar nicht. Ja, das muss ich gerade sagen. Du geh mal bei Schule, such dir ordentliche Arbeit und hör auf Leute anzurufen, wo du gar nicht anrufen darfst, bläht. Ja, fällt dir nichts mehr ein? Hallo? Ich bin ja in Roland Rohleder, möchte ich gerne sprechen. Er ist am Telefon morgen. Und guten Morgen, Herr Rohleder. Was ist los da? Es geht darum, wir bieten kostenlose Produkte zur Unterstützung der häuslichen Pflege an. Und da haben Sie im Erlaubnis, Sie dazu mal telefonisch informieren. Ja, klar. Und die Pflegehilfsmittel, die Ihnen zustehen, Herr Rohleder, im Wert von 40 Euro Monat für Monat, wenn Sie einen Angehörigen im Haus seit pflegen oder selber gepflegt werden mit einem Pflegegrad. Trifft das zu bei Ihnen? Nein, ich bin gesund soweit. Ich bin gesund soweit. Aber ich kümmere mich halt um. Werden Sie gepflegt oder pflegen Sie immer mit einem Pflegegrad der Rolle? Ich pflege selber. Ich pflege selber. Und Sie pflegen einen Angehörigen mit einem Pflegegrad, ob Ihnen in Ihrem eigenen Haushalt wohnt, Herr? Richtig, richtig. Genau so ist das seit geraumer Zeit. Und Sie wohnen in der Herbertstraße 102 in Hamburg? Reeperbahn, Bruch, Reeperbahn. Jawohl, ist bekannt, jawohl. Sag mich nicht. Und die andere und die Person, die wohnt, wollt bei Ihnen im Haushalt oder hat sie einen eigenen Haushalt, die Sie pflegen? Also hier bei mir, das führe ich. Bei Ihnen, okay. Da können wir Ihnen heute weiterhelfen mit unseren Pflegehilfsmitteln, wie zum Beispiel Einmalhandschuhe, Hand- und Flächendesinfektionsmittel, Mundschutz, Bettschutzeinlagen oder die Schutzschürzen zum Duschen. Monat für Monat können Sie die Box, die wir für Sie zusammenstellen, nutzen. Und der Betrag, die 40 Euro, werden von der Krankenkasse der versicherten Personen übernommen. Das ist ja sackenstark. Das spart viel Geld. Das ist ja doch eigentlich ein bisschen was, nicht wahr? Das ist richtig, ja. Welcher Pflegerat wurde der Person, die Sie pflegen, zugesprochen? Aber das ist schon ein bisschen her. Das ist das Höchste, was es gibt, war das. Das ist ja, höher geht nicht mehr. Es muss alles gemacht werden. Die fünf praktisch denn, ja, okay. Und wen pflegen Sie? Ihre Mutti, Ihre Partnerin, oder wen pflegen Sie? Na, wie kommen Sie denn darauf? Weiß ich nicht. Irgendwie müssen Sie ja pflegen. Ich frage ja, wer es ist. Das ist ja richtig. Seit der Operation vor drei Jahren geht das nicht mehr. Geht es nicht mehr so gut. Also, wen pflegen Sie denn, Herr Rohleder? Das ist der Wotan. Hallo? Also, ja, ich höre Sie, ich höre Sie, Herr Rohleder. Wem pflegen Sie denn? Ja, den Wotan. Ein Herrn Wotan? Ja. Und wie ist der Vorname von dem Herrn Wotan? Ja, der heißt einfach nur Wotan. Man muss ja einen Vornamen haben. Ich habe noch nie einen Hund gehabt, der hat Vor- und Nachname. Aber er heißt einfach nur Wotan. Ach, ein Hund. Ach, Sie pflegen einen Hund. Es gibt nur vier Menschen zu, Herr Wotan. Ja, können Sie das nicht gleich sagen. Ich habe hier zu arbeiten. Alles klar, ich nehme das raus. Nein, es gibt nur vier Menschen zu, die einen Pflegegrad haben. Ja, aber der Hund ist auch versichert. Ja, aber nicht, die hat ja keine Krankenkasse über der AK oder wie auch immer. Das ist ein, also ich dachte, es geht um Angehörigen, die einen Menschen, ihre Partnerin oder so. Das ist ein Tierarztkostendeckungs- und Haftpflicht, habe ich gesagt. Ja, darum geht es, dass das decken wir nicht mit Appentieren. Das sind bei Menschen, Trittrufter, dann nehme ich Sie raus, Herr Rohleder. Alles, alles Gute, sage ich ja trotzdem. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Rohleder. Jetzt haben Sie meinem armen Hund falsche Hoffnungen gemacht. Ich wusste ja nicht, dass es um meinen Hund sich handelt. Können Sie sich bei Ihrem Hund bitte entschuldigen. Er heißt Wotan. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Rohleder, und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Sie bleiben schön gesund. Das ist wichtiger, Herr Rohleder, als Gute. Entschuldigen Sie sich bei meinem Hund, bitte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Rohleder, und alles, alles Gute für Sie. Sackenstark, dann halt nicht. Sie sind ja immer noch dran, wollen wir noch weiter sprechen. Na, wie gesagt, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Rohleder, alles Gute für Sie. Und auch Ihrem Hund, und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, ja. Ja, sackenstark. Danke, tschüss. Können Sie von Ihrer Systemsoftware her nicht selber aufregen? Scheinbar doch, ich hatte jetzt gehofft, dass Sie das nicht dürfen. Sackenstark. Sommer, guten Morgen. Ich habe jetzt den Dimitris Sommer am Telefon. Ja, das richtig. Ja, erstmal liebe Grüße nach Berlin. Und ich wollte mal Danke sagen, denn Sie hatten ja neulich an einem Gewinnspiel teilgenommen und hatten dann Ihr Interesse an unserem Vorteilsweinpaket mit 20 Euro Rabatt und zwar exklusiven Weingläsern begründet. Wein ist immer gut. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für Sie als Dankeschön für die Teilnahme an der Befragung. Ja. Hat unser Kellermeister ein kleines Gute-Laune-Genießer-Paket zusammengestellt. Da sind unsere neun besten Weine drin. Was ist mit Bademeister? Ich dachte, Sie sind mit Wein. Nee, Kellermeister. Was ist Kellermeister? Das ist der, der den Wein kreiert. Ah, ich verstehe. Das ist der Weinexperte, der die Weine macht. Sind Sie das? Bitte? Sind Sie das? Also wir sind ein Weingut in Nackenheim am Rhein. Das ist in Rheinhessen. In Nackenheim, okay. Ja, ich weiß nicht. Kennen Sie Mainz am Rhein? Nein. Also da sind wir in der Nähe. Ach so. Ja, ist ja egal. Ja. Und unser Probierpaket, da sind also neun unserer besten Weine drin. Ja. Das gibt es für Sie zum Probierpreis, also mit 20 Euro Rabatt. Also es ist 20 Euro billiger. Für wie viele Flaschen? Da sind neun Flaschen drin. Für 20 Euro, geil. Nee, 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 Sie haben mich falsch verstanden. Das ist zwar, das Paket kostet normalerweise 120 Euro, ja. Und Sie kriegen es aber 20 Euro billiger, also für 99,80 Euro. Ja. Ist das Gorbatschow oder Putinov? Bitte? Ist das Gorbatschow oder Putinov? Ja, was für Wein trinken Sie denn? Trinken Sie lieber einen trockenen oder lieblichen? Wodka. Sie trinken Wodka, also Sie trinken kein Wein? Doch, aber ich hätte jetzt lieber noch ein Wodka. Aha. Müsste ich, also müsste ich mal gucken, ob wir da was im Sortiment haben? Ja. Weil das reicht nicht mehr lange. Reicht nicht mehr lange. Aha. Ich guck halt mal, ob wir was da haben. Na. Aha. Moment. Sonst ist Whisky auch in Ordnung. Bitte? Sonst Whisky auch in Ordnung. Aha. Äh, Moment. Da war ein. Nein. 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 Nein, also das haben wir nicht. Wie bitte? Hallo? Nein. Nein, also Wodka haben wir nicht. Nein, kein Wodka. Was haben Sie starkes Wein? Äh, ich weiß nicht. Trinken Sie Sherry? Ja, ist so süß, oder? Bitte? Ist das sowas Süßes? Ja. Äh, also Sie trinken lieber was Trockenes? Ja. Aha. Wie viel kostet das? Also der Sherry? Das russische Bazar. Aha. Also der Sherry, der kostet die Flasche 16,50 Euro. Wie viel ist drin bei einer Flasche? Ja. Ähm. Wann sie mal kurz. Ach, blöd. Ich glaube, wie viel ist beim Sherry drin ist. Wie groß die Sherry-Flasche ist? 0,16? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm. Moment. Ähm. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich gucke gerade. Das steht hier gar nicht dabei. Ach so. Ach so. Okay, ich gebe mir die Flasche, Zucker. Okay. Also wie gesagt, eine Flasche kostet 16,50 Euro. Also ich glaube, so für eine Stunde reicht noch, aber dann wird knapp. Aha. Ja. Also müssen wir langsam einen Weg finden. Aha. Ja. Ja gut, so schnell können wir sowieso nicht liefern. Das dauert sieben bis... Hallo? Madame? Hallo? Blöd, ich kann es nicht auflegen. Schau, noch mal anrufen. Ja, hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag, Nadine. Ja, mein Name von der Verikon. Ja? Heute bereich mit dem Herrn Rake Stasi. Ja, hallo? Ja, schön, dass ich Sie erreicht habe. Ich melde mich bei Ihnen bezüglich der Bonusbezahlung in der gesetzlichen Krankenkassen. Ja, können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen? Sie sind sehr leise. Es geht um die Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen. Jetzt ist es viel besser. Vielen Dank, jetzt kann ich Sie gut hören. Super. Also, Herr Dyson, Sie haben sich auch für die Bonuszahlungen der Krankenkassen informiert, wollten unverbindliche Infos. Geld haben. Und, richtig, da wollten wir fragen, ob Sie schon mal Bonus von der Krankenkasse erhalten haben. Ob ich schon mal Bonus bekommen habe, nein, habe ich noch nicht bekommen. Immer nur Rechnung habe. Bei welcher Krankenkasse sind Sie? Wie bitte? Bei welcher Krankenkasse sind Sie denn? Wir sind bei AOK. Und, äh, wie lange sind Sie bei der AOK? Oh, na, 30 Jahre. Und dann haben Sie ja vieles verpasst, weil Bonus gibt es seit sieben Jahren. Bei einigen Krankenkassen bekommt man sogar bis zu 700 Euro. Haben Sie das vielleicht mitbekommen? Ne, das hat mir keiner gesagt. Dann habe ich auch nichts bekommen. Dann ist es ja höchste Zeit, dass Sie etwas erhalten, Herr Dyson. Ja. Weil ich habe mich heute bei Ihnen gemeldet, damit ich Ihnen aufzeigen kann, was Sie für Möglichkeiten haben. Ja, sehr gut. Sie bekommen das ja schriftlich, entscheiden dann natürlich, ob und wie wir weitermachen. Und was wichtig ist, der Vorgang, der ist kostenlos und unverbindlich. Sehr gut, sehr gut. Also, Informationenanruf. Richtig. Ja. Also, was ist Ihnen, Herr Dalschum, eigentlich wichtig bei einer Kasse? Worauf legen Sie einen großen Wert? Äh, dass ich Hilfe bekomme, wenn ich krank werde. Und, äh, was für Erfahrungen hatten Sie bisher jetzt mit der AOK? Ja, also, ich konnte zum Arzt gehen, wenn ich wollte und das ist sehr gut. Das freut mich. Ja. Nehmen Sie denn die AOK öfters in Anspruch oder ist es eher umgekehrt? Wie meinen Sie? Also, dass Sie jetzt öfters krank sind oder gibt es Momente, wo Sie zum Beispiel ein ganzes Jahr lang die Krankenkasse nicht benötigen? Ah, nicht ganzes Jahr nicht. Also, ein, zwei Mal pro Jahr, das ist mir richtig kaputt. Aber ansonsten eigentlich immer gut. Freut mich. Haben Sie denn vielleicht einen Teil von den eingezahlten Beiträgen von der AOK bekommen? Äh, nein. Auch nicht. Wir haben mal eine Lavalampe bekommen, Bonus Treuepunkte, Lavalampe. Okay. Ja. Und nur die Lavalampe haben Sie bekommen? Eine Lavalampe und meine Frau hat ein Besen-Set bekommen. Mhm. Ja. Aber ich wollte auch ein Besen-Set haben und ich habe eine Lavalampe bekommen. Ich habe dann, ja, aber das ist sehr groß, Lavalampe, 63 Zentimeter und sehr viel Strom verbrauchen. Oh ja, dann haben Sie noch mehr Kosten als zuvor, oder? Ja, das ist richtig. Aber immer bei mir Leute anrufen, die wollen mir Stromvertrag machen und irgendwann ist der Richtige dabei und dann kann man den Lavalampe wieder anmachen. Richtig. Ja, das ist sehr gut. Ist es für Sie wichtig, Herr Dahlsinn, dass Sie durch die Krankenkasse Kurse bezahlt bekommen, Massagen, Rückentraining, Entspannungstherapien, damit Sie einfach Ihr Wohlbefinden aktiv verbessern können? Ja, Massagen immer sehr gut, weil wir haben so, wie heißt denn so, Asia-Massage. Aber dann will die Krankenkasse nichts bezahlen, weil er weiß nicht warum. Sie meinen jetzt die Akupunktur? Nein, Massagen, Massage. Massagen, achso, okay. Mit den Händen, mit den Steinen, mit Öl, mit Badplack, mit die Wissenwerte gemeint. Aha, okay, okay. Es gibt Krankenkassen, Herr Dahlsinn, die uns auch helfen, was die Kosten beim Zahnarzt betrifft oder Gottbeschütte bei Pflegebedürftigkeit. Wo kann ich für Sie einen Haken setzen? Einen Haken? Was wollen Sie machen? Also, wo kann ich für Sie einen Haken setzen? Was ist Ihnen wichtig, dass man Ihnen bei den Kosten beim Zahnarzt hilft? Ja, natürlich. Auch, okay. Wer ist denn alles mit Ihnen versichert? Wir sind bei der AOK. Wer ist alles versichert bei der AOK? Mein Sohn, mein anderer Sohn, der andere Sohn, noch mein anderer Sohn, der Tochter und meine Frau. Okay. Gibt es Punkte, mit denen Sie mit der AOK nicht zufrieden sind, was Sie gerne anders hätten? Ah, ja, ich mag nicht den Harald. Der ist bei den Laden, der ist sehr unfreundlich. Das heißt, der Service ist nicht so gut bei der AOK? Nein, ziemlich beschissen, wenn man das so sagen soll, wie das ist. Okay. Ja. Man sollte auch die Meinung sagen, natürlich. Ja, kann man dabei Sie an Beschwerungen machen, weil Sie ja den Vergleich durchführen, dass Sie das aufschreiben, den Harald Arschloch und solche Sachen. Wie heißt der Mann, der bei der AOK arbeitet? Der heißt Harald. 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 Darf ich fragen, kommt denn für Sie dann ein Wechsel der Krankenkräfte in Frage, wenn das für Sie Verbesserungen bedeutet? Ja, das kommt ja ganz drauf an. Was kann man dann bekommen? Man kann auf jeden Fall vieles verbessern, Herr Dahlsing. Obendrauf haben Sie die Möglichkeit, bessere Zusatzleistungen zu bekommen, Bonus für jedes Jahr. Ja, wie ist das denn? Weil wir brauchen ja jetzt, wir haben bei Indien mit der Karma, das ist, brauche ich noch einen mit, haben Sie vielleicht mal hören, mit, dass man muss den Wohnungen so einrichten, weil sonst alles schrecklich werden. Wir brauchen noch mehr Lavalampen. Haben Sie Krankenkasse, wo kann man Lavalampen kriegen? Nee, das habe ich leider nicht. Also eine Krankenkasse, die Lavalampen als Bonus gibt, das habe ich leider nicht, Herr Dahlsing. Aber passt es Ihnen, dass ich Ihnen vielleicht Informationen per E-Mail zusende? Nee, Sie können mir lieber erzählen, weil da kann ich nicht so gut Deutsch lesen. Achso, okay. Ja. Weil ich persönlich möchte Ihnen, Herr Dahlsing, die BKK Mobil Oil empfehlen. Okay. Also eine Mobil Oil, das ist eine neue Krankenkasse. Eine neue Krankenkasse? Dass Sie die Krankenkasse wechseln, Herr Dahlsing. Wann wurde die gegründet? Jetzt neu machen? Nee, nee, die ist auf dem deutschen Markt seit 1932. Die kommt aus der Ölindustrie. Ist das von Hitler? Bitte? Ist das von Hitler? Nee, nee, das ist keine Krankenkasse von Hitler. Das ist eine gesetzliche Krankenkasse. Jetzt hat sie aufliegen. Zu viel Lachen wegen Hitler. Oh mein Gott. Sehr schade. Aber wieder mal BKK Mobil Oil bei Verikon. Und ich habe euch doch versprochen, dass sie das immer sagen werden. Bitte Like und Subscribe machen. Und dann werden wir noch mehr BKK Mobil Oil Kunden werben. Vielen Dank und auf Wiederhörung. Ja, hallo. Hallo? 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 Ja, Krüger, hallo. Vom WWF Deutschland. Hallo? Spreche ich mit Herrn Dimitri Bagatov? Ja, richtig. Hallo? Das ist schön. Und zwar haben Sie bei einem Gewinnspiel mitgemacht, 123gewinner.com und haben dort eine Frage beantwortet mit, ja, ich möchte vom WWF weitere Informationen erhalten, Herr Bagatov. Das war am 17.02. Interessieren Sie sich denn für den WWF, für die Natur und für den Erhalt bedrohter Tierarten? Gewinnspiel, sagen Sie? Ja, haben Sie, Sie haben da was ausgefüllt. Oh, ja, ich weiß, das war so eine kranke Nacht und wir haben gesoffen wie den, wir haben gesoffen wie den Kamelen. Und dann irgendwann haben Sie, ja, tut mir, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht platzen, okay? Können Sie bitte nicht platzen? Das ist gut. Ja, weißt du, wir haben überall, überall anmeldet, jetzt schon dreimal Leute angerufen und sagen, ich habe Auto gewonnen, ich habe Reise gewonnen und es war eine gute Nacht. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Was habe ich bei Ihnen gewonnen? Nein, gewonnen haben Sie bei uns nicht, nein. Ich kann Sie beruhigen, haben Sie nicht gewonnen. Aber warte, warte, können Sie mir wenigstens eine Flasche Wodka geben? Ja, ich rufe an, weil wir sind ja ein unabhängiger privater Naturschutzverein, sag ich mal. Groß, ganz groß und Sie kennen unsere Arbeit wahrscheinlich, ja? Mal bei Fernsehern was gesehen, bei Tierschutzpark. Genau und darum geht es ja, genau und wir brauchen jeden Euro. Also Sie haben nicht gewonnen, ich wollte gern Geld von Ihnen haben, wenn es geht. Ja, vielleicht kann ich, wenn wir das nächste Mal saufen und das kann nicht lange dauern, dann kann ich ja Ihre Firma überall eintragen, dann gewinnen Sie auch ein Auto. Und dann können Sie mit Chevrolet, werden Sie bei Fuchsfarm durch den Zaun fahren und die ganze Tiere räten. Oh Gott, Sie haben viel Spaß. Sie sind nur echt gut drauf. Ja, natürlich, ich habe seit zwei Stunden Feierabend, wir haben schon wieder zwei Flaschen leermachen. Wodka oder was sind Sie da am Zippeln? Äh, nein, Wodka, von gestern nichts mehr übrig, wir trinken Korn, schmeckt wie Scheiße, aber hilft sehr gut. Was trinken Sie da? Korn, Oldesloher. Kennen Sie? Alte, nee. Oldesloher Korn, Schleichwerbung. Ach, Oldesloher Korn, ach so, okay. Ich muss dazu sagen, nicht damit den Leuten denken, wir werden nicht Sponsoring von denen bekommen. Nein, nein, also mit Korn würde ich mir nicht mal die Füße waschen, ganz ehrlich. Was trinken Sie denn, was trinken Sie denn gerne? Ich trinke Wein oder Bacardi Uca. Oh, Wein, vorhin hat mich auch einer angerufen von Weinfand, da haben wir uns wohl auch eingetragen, der wollte mir Wein verkaufen. Ja, aber so ein Stöckchen. Ja, aber der hatte nichts über 10 Prozent und damit ist der nichts, bringt ja nichts. Das kannst du ja, dann musst du bedienterweise trinken, das ist ja nichts gut. Ja, dann passen Sie mal schön auf sich auf, sonst haben Sie ja nur solche komischen Anrufe, was? Ja, irgendwie macht ja auch Spaß, weißt du, da rufen Leute an, du denkst, irgendwo habe ich schon mal gehört, aber du kannst dich nicht erinnert machen. Ah, blöd, das ist so schlimm. Wir müssen mal Party machen, wo ist euer Callcenter, dann komme ich vorbei. Sie sind immer bei Lachen, mit sich kann man bestimmt gut Party machen. Ja, Party machen kann ich wohl, aber ich kann ja nie sagen, wo mein Callcenter. Ja, warum nicht? Wissen Sie nichts? Sind Sie zu betrunken? Wissen Sie nicht mehr, wie sind Sie zur Arbeit gekommen? Wir hören jetzt auf, ne? Warum? Beruhig dich doch mal. Beruhig dich doch. Hallo. Ich wünsche Ihnen alles gut und viel Spaß noch. Ich wünsche Ihnen nicht so viel. Ich wollte euch doch helfen, mit den Meerschweinchen. Alles gut. Hallo, nicht auflegen, Bamushka. Was kostet das bei euch, mitzumachen? Also, Sie können bei uns eine Spende machen. Ja, also mit 5 Euro im Monat, wenn Sie wollen, oder 10, den Tieren halt helfen, ne? Da. Und habt ihr dann auch so Treffen, wo kann man da hinkommen? Treffen? Ja, so Demo und solche Sachen. Demos haben wir nicht, nein. Aber Mitgliedertreffen, das kann man machen, genau. Ja, wie oft wird das stattfinden? Einmal im Jahr. Nur einmal im Jahr? Ja. Dann aber hoffentlich wie Festival über ein paar Tagen. Oder nicht? Weil dann müssen wir ja, weißt du, wenn wir Partybus... Es sind Wanderungen. Wenn wir Partybus voll machen, dann muss es sich ja lohnen, den Weg zu machen. Ja, das ist ja kein Partybus. Ja, wir haben Partybus. Soll ich Ihnen ein Foto schicken von Party? Sie können mir kein Foto schicken. Ja, warum nicht? Weil ich im Callcenter bin. Jetzt, ich habe doch bestimmt ein E-Mail oder ein Facebook oder ein Telefon. Nein, 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 das darf ich nicht machen. Soll ich Ihnen mein Facebook geben? Da können wir mal Party machen. Gib mir mal den anderen da, der im Hintergrund über mich redet. Was heißt denn Ihre E-Mail? Big Dick Bagatov? Big Dick Bagatov. Ach so. Dicker Schwanz Bagatov. Genau. Oh mein Gott. Ja, der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Ja, hallo. Hallo. Hallo, schönen Abend. Dietlberg von Stromwerken. Ja. Findet dich bei Kur? Ja. Ja, Kisch, cool hier, hallo. Super. Super. Und zwar geht es darum, Sie hatten ja vor einiger Zeit mal Ihren Stromtarif optimiert bekommen. Was habe ich bitte? Und Sie wollten fragen, Ihren Stromtarif vor einiger Zeit optimiert bekommen. Und wollten fragen, ob denn da alles in Ordnung war. Äh, wann ist das gewesen? Das war vor knapp einem Jahr. Das war die Senkung Ihrer Netzkosten über die Stadtwerke Husum. Also habe ich das damals mit Ihnen gesprochen? Weil ich habe immer so viele Leute an Telefon, ich kann mich gar nicht erinnern. Nein, das hat damals die Stadtwerke für Sie gemacht. Ach so. Und jetzt, äh, wollen Sie das wieder machen? Wir rufen mal an. Genau, wir rufen uns erstmal an zu fragen, war dem ist ja auch alles in Ordnung oder gab's irgendwelche Probleme? Also das ist, äh, wir hatten letzte Wochen, da habe ich mich auch, äh, rufe Sie an wegen den Beschwerden, weil da ist das Strom weg gewesen. Ist das, äh, sind Sie denn Manager? Nee, nee, also wir arbeiten. Wenn ich der Manager wäre, dann würde ich nicht mit Ihnen telefonieren. Ja, doch. Wenn ich habe ja geschrieben, ich möchte, man mit einem kompetenten Mensch reden. Kompetent bin ich. Sehr gut. Also was, äh, aber Sie rufen nicht wegen Schadensersatz an? Nee, das leider nicht. Ach so, weil das... Dann müssen Sie sich an die Schadensersatzteilung wenden. No, weil die haben... Wir müssen uns so kurz zu erklären, worum es ging. Ja, das sind solche... Es gab ja Unwetter in der Zeit und dadurch ist eine Stromleitung beschädigt worden. Ja, das habe ich gemerkt. Waren nicht die Eins, waren Sie nicht der Einigste ohne Strom. Aber das ist ja nicht deswegen gewesen. Die haben Leitung, äh, die haben was gemacht bei den Leitungen und haben einfach das Strom abgestellt und da ist der Computer kaputt gegangen. Okay, dann gebe ich Ihnen einen Titel. Sie haben ja die Kundennummer von Ihrem Strom. Ja. Steht hier drauf und dann lassen Sie sich in die Schadensersatzteilung weiterleiten und sagen, wie das denn da aussieht. Ja, das... Die Aktion, das bei Ihnen da kaputt gegangen ist. Und dann müssen Sie da normalerweise auch eine getompt kompetente Mitarbeiter von der Schadensersatzabfälle dann auch verlangen. Ja, das warte ich ja gerade. Das sagen Sie heute aber nicht mehr, weil heute sind die schon zu. Rufen Sie einfach selber da dann. Na, habe ich ja schon gemacht. Es ist immer, ja, Manager, nicht da, nicht da, nicht da. Und ich glaube langsam, dass der, der nicht am Telefon habe, ich glaube, der ist das gewesen. Der will nur den Schaden nicht bezahlen. Und darum, den immer weglegen. Das, das ist möglich. Also wie gesagt, ich kann nur raten, dass Sie da nochmal anrufen, nochmal ein bisschen Druck machen. Ja. Vielleicht, werden Sie vielleicht auch mal ein bisschen lauter, manchmal hilft das. Na, das kann man nicht machen. Doch, doch, und wenn Sie nicht hören wollen, dann drohen Sie einfach mit einem Wechsel. Glauben Sie mir, dann sind Sie ganz schnell, äh, kümmern die sich um Ihre Belangen. Womit? Drohen Sie einfach nur mit einem Wechsel. Mit einem Wechsel drohen. Wechsel, okay. Dass Sie ja den Stromanbieter wechseln möchten, wenn das nicht demnächst geregelt wird. Und glauben Sie mir, wie schnell die dann sind. Das kann man ja mal probieren. Probieren Sie es mal so, vielleicht funktioniert. Sehr gut. Wenn was sein sollte, können Sie sich ja gerne auch nochmal bei mir melden. Ja, und was wollten Sie jetzt bitte machen? Eigentlich zu fragen, ob damals die Optimierung gut verlaufen war. Ja. Aber das ist jetzt erstmal lebensächlich mit der Aktion, die jetzt davor war. Wie gesagt, klären Sie erstmal das. Und wenn Sie das geklärt haben, können Sie sich ja gerne dann auch nochmal bei mir melden. Ja, das ist ja schon in Klärung. Ich warte ja nur noch auf die Rückruf von denen, weil die, äh... Das heil ich auch schon in meiner Arbeit. Und dann weiß der Bescheid. Dann wünsche ich Ihnen auch... Also, warte mal, warte mal, warte mal. Wollen Sie jetzt gar nicht Strom mit mir wechseln machen? Ne, ist ja bisher noch nicht möglich. Strom haben Sie ja noch. Erstmal müssen Sie das Problem geklärt haben. Dass wir dann gucken können, dass wir dann wieder was günstiger kriegen. Aber das ist ja schon ein bisschen komisch, weil Sie haben ja gesagt, vor, äh, vor ein Jahr haben wir das gemacht. Ja, genau. Das war ja damals die Tarifoptimierung erstmal. Das wollen wir uns dafür bei Ihnen jetzt erstmal noch keine Tarifoptimierung durchführen, solange das aktuelle Thema, das wir da haben im Schalzersatz, noch nicht vom Tisch ist. Ja, aber das ist ja... Erstmal das vom Tisch ist, können wir wieder nach einer neuen Optimierung durchschauen. Immer alles nacheinander. Ja, aber das ist ja alles nicht richtig. Ja, aber ich kann ja nichts machen, weil solange diese Sache bei Ihnen noch offen ist, und solange dieses Thema noch nicht geklärt ist, kann ich Ihnen noch nichts anbieten. Ne, ne. Das waren wir noch nicht. Ja, ja, aber ich meine, das alles, was Sie sagen, ist gar nicht richtig. Ich habe das vor einem Jahr gar nicht gemacht. Das haben wir ja auch nicht Sie gemacht. Ja. Das wurde für Sie gemacht von Ihren Stadtwerken. Ja, soll ich... Die Senkung Ihrer Netzkosten, da konnten Sie nicht viel machen. Ja, jetzt soll ich Ihnen... Darf ich Ihnen eine Beichte machen? Das können Sie gerne machen. Ja, diese Name und die Adresse und die Telefonnummer, das gibt es erst seit ein paar Tagen. Wir machen so, äh, Test für Bezüger-Callcenter. Okay. Das heißt, Sie können das vor einem Jahr gar nicht gemacht haben. Und Sie rufen auch von so einer Firma an, die der Leute einfach irgendeinen Quatsch erzählt, damit die Vertrag machen. Ich... Sonst hätte ich einen Vertrag angeboten. Ja. Das habe ich ja nicht gemacht, oder habe ich heute irgendwo einen Vertrag angeboten. Ja, wo habe Sie denn meinen... Ich habe gefragt, ob das ja alles in Ordnung war. Wo habe Sie denn meine Telefonnummer her? Sie haben sich damals registriert auf einer Internetseite, die hieß hieroppreis.de. Ja, siehste, da kommen wir mal doch dahin. Das ist also von Gewinnspiel und nicht von Stadtwerken. Ich bin ja auch nicht die Stadtwerke. Ich habe nie gesagt, dass die Stadtwerke sind. Ich sagte, ich bin die schönen Stromwerke. Ja, und ich habe vor einem Jahr eine Optimierung gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Sie rufe bei den Leuten an das Erste, was Sie... Laut meinem Computer steht das so drin. Ja, dann hat er... Ich kann ja nur das sagen, was man am Computer mir sagt. Können Sie mir ein Screenshot schicken? Ich darf ich jetzt Feierabend haben sicher nicht. Und ich darf Ihnen sicher nicht von unseren Systemen die Firmen interne Sachen schicken. Ja, aber da stehe ja falsche Sache von mir drin. Also wenn Sie selber in der Firma arbeiten, müssen Sie das aber normalerweise auch wissen. Ja, aber das stimmt ja nicht, was da drin steht. Also entweder wird der Computer gelogen, der Chef hat gelogen oder Sie haben gelogen. Aber irgendwer hat mich jetzt angelogen. Ich kann mir gesagt nur das vorlesen, was es ist. Wie gesagt, wenn das nicht stimmt, dann kein Problem. Ich kann sie auch gerne aus dem System rausnehmen. Ich möchte da sehr gerne drin bleiben. Aber kann ich bitte mit dem Manager reden? Ist keiner mehr da. Wir haben Feierabend jetzt. Kann ich mit dem Teamleiter reden? Ich bin auch nicht da. Ich bin der andere letzte Mitarbeiter noch. Kann ich dann mit Azubi reden? Oder Putzfrau. Wir haben schon Azubi. Hast du Putzfrau, mit der kann ich reden? Wir haben ja auch keine Putzfrau. Müsstest du das selber machen im Callcenter? Nee, aber die kommt erst, wenn wir alle raus sind. Von der zum 8er, 9er. Das ist ja schrecklich. Also kannst du mich dann wieder... Die ist doch aber auch beknackt, wenn man arbeitet und nebenbei hat man eine Putzfrau, die da über den Tisch rumfährt. Das ist doch auch ablenkend. Also das ist mal ganz ehrlich. Ja, das ist auch, wenn die gut aussieht, ist das doch nicht schlimm. Dann lässt du das was runter... Gut aus, dann tut sie gut aus, dann tut sie gut aus. Ja, wie weißt du das denn, wenn die erst nachher kommt? Weil die nicht immer unsere Putzfrau war und ich unsere Putzfrau kenne. Achso. Sie sind Freunde von mir. Ja, siehst du, dann musst du mal irgendwas runterfallen lassen und dann muss die sich pucken und dann kannst du Kuckuckuck machen. Alles klar. Kannst du, kannst du mir noch gefallen tun? Jetzt kommt's. Kannst du mich bitte wieder in... Ja, was wolltest du sagen? Ich dachte schon, ich soll ein Foto von der Putzfrau machen. Nein. Du kannst du meine Nummer wieder in den Pool reinwerfen, dass mich morgen wieder einer anruft? Gar nicht gerne machen, gar kein Problem. Super, vielen Dank. Schreibst du, Kunde hatte keine Zeit bei Kommentarfeld rein? Alles klar, mach ich. Alles klar, wünschst du dir schöne Abends? Auch so. Bis dann, tschüssi. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Eichner hier aus dem Hause Daydreams Hotelservice. Spreche ich mit dem Herrn Dimitri Bagatov? Ja, richtig. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Bagatov. Sie hatten vor ein paar Tagen an einem Gewinnspiel teilgenommen, beziehungsweise an einer Umfrage und angegeben, dass Sie sich für Hotelurlaub zum Sparpreis interessieren. Ich habe jetzt hier die Überraschung für Sie. Okay. Herr Bagatov, Sie erhalten von mir sechs Übernachtungen für zwei Personen in einem Hotel Ihrer Wahl. Gewonnen? Zum absoluten Sparpreis. Ist so gut wie geschenkt für einmalig 79 Euro. Für sechs Übernachtungen für zwei Personen. Genau. Sechs Tage, zwei Leute, 69 Euro? 79 Euro, einmalig. Und wo ist der Haken? Werde ich dann gefilmt und bei Internet reinkommen? Bitte? Wo ist der Haken? Werden die mich filmen und bei Internet reinsetzen? Oder warum ist das so günstig? Nein, 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 keine Sorge. Sie haben jetzt natürlich die Sonderaktion bekommen, also das günstiger ist, als es das normalerweise bei uns gibt. Da, was? Unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir jetzt seit 20 Jahren mit Partnerhotels zusammenarbeiten und den sozusagen garantieren, dass wir keine leerstehenden Hotelzimmer haben, da wir unsere Kunden sozusagen mitbringen. Okay. Und dadurch können wir das so günstig zu besten Konditionen natürlich weitergeben an Sie. Sie kaufen Restposten in den Hotelzimmern und geben günstig weitere. Also Restposten kann man das nicht nennen. Na doch, wenn das leer steht. Damit, wir bieten das den Hotels an, damit die keine Leerstände haben, also vorweg. Ach so. Und kann man sich dann aussuchen oder muss ich jetzt nach Bayern fahren? Sie können sich das aussuchen. Die Gutscheine sind in Deutschland und Europa einzusetzen. Okay. Es stehen Ihnen 2000 Hotels zur Verfügung. Ja, ob das Spanien ist, ob das Italien ist, Frankreich, Deutschland, Sie entscheiden. Nein, Frankreich, mehr, jetzt sofort bitte. Ja, sehr schön. Dann mache ich die Unterlagen direkt fertig für Sie, Herr Bagatov. Ja, was, was, da muss ich gleich meinen Chef anrufen. Wann kann ich fahren? Das entscheiden Sie alleine. Also Sie würden jetzt von mir die Hotelgutscheine zugeschickt bekommen? Ich dachte, Sie machen jetzt für mich eine Buchfunk. Ach so, das machen Sie dann. Ja, also Sie können sich das alles selbst raussuchen. Ja, das ist ja... Ja, können Sie mir empfehlen bei Côte d'Azur? Bei Côte d'Azur? Also wie gesagt, wir haben so viele Hotels zur Verfügung. Ich würde Ihnen das wirklich empfehlen, dass Sie sich das auf unserer Website dann anschauen. Ja, wie heißt denn? Die heißt Daydream, Tagträume auf Englisch. Gaydream, warte mal. Alter, warum schickst du mich bei Pornoseite? Bitte? Was soll das? Gaydream. Das Dildo versand. Nein, 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 nein. Tag, Day, Dora. Oh, scheiße, Entschuldigung. Aber Sie müssen auch mal bei Gaydream gucken. Oh, mein Gott. Jetzt kriege ich... Gaydream. Oh, mein Gott. Jetzt kriege ich aber noch eine Woche extra, weil ich brauche eine Erkollung von den Bildern, die ich habe gesehen. Oh, mein Gott. Oh, nein. Jetzt kennen Sie sich aus mit Computer. Ich muss die Fälle auflöschen, bevor meine Frau nach Hause kommt. Die denkt, ich bin homosexuell geworden. Oh, mein Gott. Warte, muss ich gucken, wo ist das? Dann geben Sie ganz schnell Daydreams ein. Wie haben Sie... Kennen Sie bei Google Chrome, wie kann ich das löschen? Ganz oben in der Leiste. Da. Bei Verlauf. Wo ist das? Da oben. Genau, also ganz oben in der Leiste, da haben Sie dann Einstellungen. Okay. Beziehungsweise steht dann Verlauf löschen. Okay, halt mal. Oder Sie kippen ganz recht auf die... Ey, ey, das ist nicht, das ist nicht, wonach aussieht. Das ist Unfall gewesen. Ja, was guckt, schule Porno an. Was sind schon für Probleme? Ich werde Deine Frau sagen. Alter, hör auf. Das ist wegen Telefon. Ich habe nichts gemacht. Du kannst dich überzeugen. Frag Deine Frau. Ja, hallo. Hallo. Was, äh, was werden, machen Sie, äh, äh, sexy time bei Telefon? Ich werde es einer Frau sagen. Ich werde es einer Frau sagen. Nein, nein, nein. Du kannst nicht sowas machen. Das war ein Missverständnis. Ja, das Missverständnis, dass ich das mitbekommen habe. Das kannst du nicht sowas machen. Der hat drei Kinder. Geh weg, ich werde jetzt mit Sie reden. Halt die Klappe. Du brauchst gar nicht so gucken. Ich rufe gleich deine Frau an. Was soll das? Entschuldigung? Sie können nicht sowas machen mit verheiratetem Mann. Das ist nichts in Ordnung. Er hat, er hat das falsch verstanden. Oh my God. Oh my God. Der Jonathan, der ist gerade heute Geburtstag. Jetzt muss ich seinen, seinen Frau sagen, dass der Bezüge, die verschwinde. Können Sie, wer ist, was heißt Ihr Firma, Gate Dream, wie viel hat der Bestellung machen? Bitte, ich verstehe Sie nicht ganz. Wie viel hat er bei Sie, was hat er bei Sie Bestellung machen? Er bekommt Hotelgutscheine von uns. Für Sexshop? Nein. Ist das hier 24 Zoll Doppelpenis. Hat er das bestellt bei Ihnen? Nein, hat er nicht. Es geht um die Hotelgutscheine. Könnte ich denn weiter mit dem Herrn Dimitri Bagatov sprechen? Ich glaube, der hat gerade andere Probleme. Ich werde das bei deinem Papa reinschieben. Weißt du, Problem? Du hast eine Frau, du Arschloch. Ja, ich kann nicht dafür. Soll ich Ihnen den wiedergeben? Ja, bitte. Gott, blöd. Was haben Sie gemacht? Mein ganzes Leben geht kaputt. Sagen Sie sowas nicht. Es wurde, Sie haben das doch bloß falsch verstanden. Das ist ein rachsüchtiger Inder. Das ist nicht in Ordnung. Blöd. Das war keine Absicht, Mann. Es ist keine Absicht gewesen. Blöd. Ist das okay? Herr Bagatov, beruhigen Sie sich bitte. Was soll ich beruhigen? Bei meinem Flachbildschirm ist dicke Schwanz zu sehen. Aus Plastik. Weil Sie es falsch verstanden haben. Daydream. Oh, blöd. Können Sie mir E-Mail schicken und Erklärung machen? Kann ich das meiner Frau zeigen? Ich habe ja Ihre E-Mail-Adresse gar nicht. Pass auf, Sie können das doch Ihrer Frau ganz normal erklären, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Oh, das ist ein Problem. Ich habe sowas mal gemacht früher. Okay, also Herr Bagatov, jetzt nochmal zurück zum Thema. Oh, blöd. Es geht um Ihre Hotelgutscheine. Haben Sie Romantik-Hotel, wo kann ich meine Frau hinschicken? Ja. Wo ist das? Das haben wir. Sie können alleine entscheiden, wie gesagt. Ich würde Ihnen jetzt die Unterlagen fertig machen, Herr Bagatov. Oh, schrecklich. Die Hotelgutscheine, den Hotelkatalog und die Aufschlagsbestätigung und dann können Sie selbst entscheiden, wo es hingeht und wie Ihr Urlaub aussehen soll. Aber nicht, dass ich dann bei so einem Studio lande, wenn Sie mich da hinschicken. Nein, 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 nein. Oh, das gibt es doch nicht. Wir sind seriös und seit 20 Jahren Experten für regionale Kurzurlaube in Europa. Für anale Kurzurlaube. Ich glaube, Sie haben kein Interesse an den Hotelgutscheinen. Können Sie das nicht einfach direkt fragen? Soll ich Ihnen was mitbestellen? Okay, Herr Bagatov. Ich bedanke mich vielmals für das nette Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Da kann ich nachher meine Frau sagen, das kann die bei Sie anrufen, dass Sie eine Erklärung geben. Natürlich. Ja, wie wir unter der gleichen Nummer, kann man anrufen? Ja. Sehr gut. Das muss irgendeine Lösung finden. Herr Bagatov. Sie machen sich lustig über mich. Das ist nicht in Ordnung. Aber Sie haben doch nichts gemacht, Herr Bagatov. Ich habe dicke schwarze Penis bei meinem Bildschirm. Weil Sie ein Wortkreis verstanden haben. Und es ist eine Krümmung, wie ein Bananen. Herr Bagatov, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie gut. Den werde ich nicht haben, dank Ihnen. Auf Wiederhören. Blöd, ich habe sie. Vielen Dank.